Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich mal wieder für euch an Legion unterwegs und zwar wie ihr vielleicht aus dem Titel schon rauslesen könnt, wollte ich heute mal ein bisschen so über die Zukunft von meinem Kanal sprechen beziehungsweise über so ein paar Geschichten, die ich mir überlegt habe, die ich abändern möchte weil ich ja in letzter Zeit eher mehr gestreamt hatte, als dass ich jetzt unbedingt Videos produziert hatte und das möchte ich wieder so ein bisschen ändern, klar ich möchte das mit dem Streamen aufrechterhalten aber wollte noch ein paar Sachen ändern und zwar wollte ich da einfach mal fragen, was ihr davon haltet um so ein bisschen eine Resonanz zu haben und dann abschätzen zu können, okay, was macht überhaupt Sinn wo soll ich Zeit rein investieren und hier und da und zwar habe ich gemerkt, wenn ich nicht regelmäßig Videos mache dann lasse ich das immer so ein bisschen weiter auslaufen, dann kommt mal eine Woche nichts oder länger nichts und das missfällt mir so ein bisschen, eigentlich möchte ich schon regelmäßig was machen und ich habe mir überlegt, dass ich versuche jeden Tag was zu machen, weil dann bin ich immer so dran dass ich sage, okay, ich mache jetzt auf jeden Fall was, weil wenn ich das immer so ein bisschen auslaufen lasse ich habe zwar immer viele Ideen, aber ich raffe mich dann immer nicht so ganz auf, dann wieder was zu starten und da habe ich mir überlegt, dass ich jetzt versuche jeden Tag ein Video zu machen und dann aber auch zwischendrin so kleinere Videos, also sprich nicht jeden Tag irgendeinen größeren Guide oder so aber halt zumindest was kleineres, dass ich dann jeden Tag so in der Dings bin also ich brauche immer so ein bisschen Arschkick, muss ich sagen, dass ich immer das durchsehe das ist das gleiche mit mir und dem Training wenn dann habe ich eine Weile, wo ich dann durchgehend jeden Tag gehe und dann mache ich wieder ein bisschen was nicht dann sage ich, okay, gestern war ich ja auch schon nicht, jetzt habe ich meine Folge da unterbrochen jetzt ist es ja auch nicht so schlimm und dann drifte ich immer so weiter ab und das ist halt immer schlecht bei mir deswegen habe ich mir überlegt, wie gesagt, jeden Tag eins zu machen und wollte euch da fragen, was euch da so interessiert und zwar, was ich auf jeden Fall machen wollte ist Mountguides, das zum einen dann Spielzeugguides wollte ich auch machen dann so allgemeine Ankündigungen was kommt Neues, so kleine Tricks und sowas das auch, ja, so vielleicht so Pet Battle in die Richtung auf jeden Fall auch und dann, klar, Klassenguide den hatte ich auf jeden Fall auch noch auf dem Schirm jetzt mit 7.1.5, das auf jeden Fall klar, da hatte ich mir auch überlegt ob ich ein paar aus der Gilde frage, die sich gut auskennen ob man da sich mal zusammenhockt und dann auch für andere Klassen was macht, aber das ist halt so eine Idee, wo ich mir halt auch noch nicht so hundertprozentig sicher bin dann hatte ich mir, was ich auf jeden Fall machen wollte ist Transmogguides und zwar, wie habe ich mir das vorgestellt geht in die Richtung, dass man mir also, dass ich erstmal ein paar so Transmog-Sachen mache mein eigenes Transmog, das wollte ich auf jeden Fall machen aber dann auch nochmal andere Geschichten also sprich, dass ich dann vielleicht T-Sets vorstelle und dann auch nochmal externe Sets und zwar, wenn ich da Leute zu, dass ich das an einem bestimmten Tag mache zum Beispiel Montag ist Transmog-Tag dass ich das an einem bestimmten Tag mache und dann einfach sage, jeden Montag mache ich ein Transmog-Video und die Sachen, die in die Woche mir Leute zum Beispiel per Nachricht oder Facebook oder YouTube je nachdem, wo ihr mir schreiben wollt mir ihr Armory-Link schicken und sagen, okay, das und das Transmog habe ich und dann schaue ich mir ein paar an und lasse ich von mir aus euch auch abstimmen man kann ja da sich verschiedene Sachen überlegen in verschiedenen Konstellationen wenn da halt genug Interesse daran besteht und dann kann ich dann halt immer ein Transmog-Set von irgendwem vorstellen oder halt Transmog-Sets, die ich mir vorher irgendwo rausgesucht habe also, dass man das so in die Richtung macht dass man so ein bisschen, ja, auch euch mit einbietet diese Sack, okay, das finden wir cool, das finden wir cool oder das finden wir cool dass ich dann immer so am Ende ein paar vorstelle wenn ich dann halt ein paar Einsendungen kriege und dann sage da könnt ihr drüber abstimmen und dann stelle ich halt immer eins vor oder so, wo man das Zeug farmen kann und so, wie es aussieht also das wird mir auf jeden Fall gefallen Gold-Guides wollte ich auch wieder in Angriff nehmen, ja ähm, also wie gesagt Pet Battle Mounts, ähm Pet Battle Mounts Toys Transmog wollte ich machen Gold kann ich auch machen würde mich auf jeden Fall auch interessieren dann, ähm, noch eine andere Sache sind Raid-Encounter ich habe eigentlich fast alle Raid-Encounter-Nighthold aufgenommen und habe mir überlegt, ob ich komplett einen Video-Guide mache jetzt weiß ich nicht, ob ich schon zu spät dran bin weil jetzt ist halt schon die halbe Raid-Woche rum die meisten waren schon drin macht es jetzt noch Sinn sind da Leute, die sagen okay, sie würden sich jetzt noch über einen deutschen Guide freuen oder habt ihr jetzt so einen Überblick und sagt es gibt genug deutsche Guides das ist nicht die Notwendigkeit, dass ich jetzt einen mache weil ich muss mich dann halt auch wieder hinhocken ich weiß zum Beispiel ganz gut, was die Tanks machen aber ich muss ehrlich gesagt gestehen ich müsste mich auch nochmal komplett reingucken was machen die Heiler, was machen die DDs ich weiß es zwar am Rande, aber ich weiß es nicht so genau dass ich einen Video-Guide drüber machen kann das ist halt auch, ihr müsst mal sehen das ist mal ein Haufen Zeit, die ich rein investiere ich habe heute dieses kurze, ähm, kurze Video gemacht zu einem Mount und das hat mir fast eine Stunde oder das hat mich eine Stunde gefressen wo das Video fünf Minuten lang ist bis ich das zusammengeschnitten habe hier und da das gerendert, hochgeladen äh, Thumbnail, Dingsbums alles, es kostet halt irrsinnig viel Zeit alles und das ist, ähm, ja alles immer ein bisschen schade also dahingehend wäre es ganz gut wenn ich da ein bisschen Feedback hätte von euch und so, ja genau dann hatte ich mir überlegt was ich auf jeden Fall machen kann sorry, ich bin nebenbei auch nur am Stream für die Leute, die das Video anschauen und versuchen immer ein bisschen durchzulesen was die Leute noch schreiben was ich mir auch überlegt hatte dass ich, ähm, eine Minuten-Guides für Raid-Bosse mache und zwar, ähm, 60 Sekunden und versuche, ähm, zum Beispiel als Tank 60 Sekunden lang nur auf das Wichtigste was muss ich als Tank machen weil ich, ich, also ich weiß nicht ob ihr die Situation kennt ihr seid von neuen Raid-Bossen und ihr hättet euch von 5 Bossen die Videos anschauen müssen und dann hast du das Fatbot, äh, Boss ähm, die machen hier ganz gute englischsprachige Videos Viertelstunde bis 20 Minuten pro Kampf und du hast dann irgendwie eineinhalb Stunden Video-Ratural was du dir anschauen müsstest und, äh, das kannst du manchmal gar nicht alles vor einem Raid anschauen vor allem wenn du kurz dran warst und uns verkackt hast die sich wieder vorher anzugucken und da wollte ich so eine-Minuten-Videos für zum Beispiel Tanks weil da kenne ich mich halt einfach aus sagen, das machst du in Phase 1 das in Phase 2 das in Phase 3 zack, Ende und nicht das Ganze außenrum was muss der machen was muss der machen sondern halt wirklich nur das, was für dich nötig ist um das spielen zu können und das habe ich mir schon länger überlegt ob ich das machen soll und dann wäre meine Frage ob das vielleicht euch helfen würde ob ihr da Interesse dran habt um da mal so ein bisschen auszuloten so, jetzt gucken wir mal die Kommentare so am Rande mal durch Goldguide, ja wie gesagt, ich will keine großen machen sondern auch kleine zwischendurch das, das will ich machen so, so dieses kleine Pet-Ding was ich öfter mal aufnehme die will ich zwischen reinstreuen und, ähm, ja genau und dann die, die größeren Videos zwischendrin und das war halt der Plan ähm, auf jeden Fall du hast auf jeden Fall keinen Plan was du da machen musst ähm was Boros Studios macht auch Bosskampf, 60 Sekunden ich, wüsste ich jetzt nicht ab und an schaue ich seine Videos an aber er macht zu anderen Sachen 60 Sekunden ich will, ähm, Bossfights machen aber, wenn du irgendwo guckst irgendwer hat sicher schon einmal irgendwo die gleiche Idee gehabt also da kommst du gar nicht vorbei im Internet aber ich hätte jetzt nicht explizit irgendwo geguckt wo ich da eine Idee klauen kann oder irgendwas anderes also, ähm, genau wird, ja genau also da können wir gerne mal drüber diskutieren jetzt ist halt die Frage was, was ihr da so drüber denkt ich würde sagen fürs Video können wir es jetzt an der Stelle belassen ich werde jetzt nur noch mal ein bisschen also, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur den Chat durchlese dann kommen wir nicht weiter auch im Video nicht weiter ich würde sagen für das Video belassen wir es jetzt dabei ich schaue mir noch an was ihr jetzt in den nächsten paar Minuten so im Streamchat schreibt fürs Video, wie gesagt belassen wir es dabei mich würde es freuen wenn ihr unter dem Video so ein paar Ideen schreibt was ihr euch vorstellt auch, ähm, nochmal für den Stream ob es euch eher gefällt wenn ich feste Streamzeiten mache ähm, da wollte ich nämlich auch noch mal die Frage loswerden ob das für euch Sinn macht dass ich, ähm, da was Festes reinplane also sprich, dass ich sage ich mache, ähm, also zum Beispiel wo ich ja Rate habe ist immer Sonntag und Mittwoch ob ich da fest sage ich mache da feste Streamzeiten und wahrscheinlich Samstag noch weil Samstag passt mir eigentlich abends zumindest immer relativ gut ach so, das Konzept aber gut, äh, beim Konzept wirst du immer irgendwas finden also das kannst du gar nicht vermeiden allein könntest du schon sagen ich, dass ich WoW-Videos mache das ist ein Konzept was ich anderen geklaut habe also da sich festzulegen ist immer schwierig nein, was ich sagen wollte ist, also ich muss auch noch ein Rate jetzt wird es ein bisschen ein bisschen eng gerade dass ich das jetzt nicht aus dem Auge verliere das muss man halt immer so ein bisschen gucken ob man dann feste Streamzeiten machen will ob euch das besser gefällt oder ob euch das, äh ob euch es eher gefällt wenn ich random streame ich muss mir das selber auch noch überlegen äh, je nachdem weil oft habe ich auch Leute die sagen, oh, sie wurden gar nicht benachrichtigt dass ich jetzt stream das haben sie gar nicht mitgekriegt das finden sie schade sie hätten es gerne von vorne gesehen und dahingehend wäre es wahrscheinlich mit festen Streamzeiten schon besser in dem Sinne genau also da einfach mal ein bisschen dann unten in die Kommentare oder beziehungsweise im Livestream kann man gerne auch nochmal ein wenig drauf eingehen würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da so ein bisschen Feedback kriege wenn euch auch noch irgendwas einfällt dass ihr jetzt sagt ähm, hier macht doch das macht doch jenes schreibt es gerne rein ich muss immer gucken wie ich es unterbringen kann und dann werde ich auch schauen ob ich vielleicht auch sage ich mache bestimmte Formate in bestimmten Tagen das machen ja auch viele YouTuber so dass sie da so ein bisschen festen Rhythmus rein haben wenn euch das besser gefällt schreibt mir das einfach mal unten rein dann kann ich mich vielleicht so ein bisschen euch anpassen ja, und dann möchte ich mich zum Schluss nochmal bedanken und zwar habe ich jetzt die 6000 Abonnenten erreicht das freut mich natürlich sehr da nochmal ein herzliches Dankeschön ohne euch wäre das ist natürlich nicht möglich supportet mich natürlich sehr und würde mich freuen wenn wir das in Zukunft dann noch weiterführen so können also einfach mal ein bisschen eure Meinung unten in die Kommentare rein und dann kann ich mal gucken was ich draus bastel fürs Video soll es das gewesen sein euer Celara bis zum nächsten Mal Ciao